Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 115. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie sagst du denn Episode? Sehr pronunziert. Ich muss mal an meine Aussprache... Die Episode. Ich muss an meine Aussprache arbeiten. Liegt mal mit der wunderbaren Hoaxmistress Alexa. Alle zusammen. Und dem Hoaxmaster, der sich heute bemüht, sehr deutlich zu sprechen. Warum weißt du allerdings auch noch nicht? Vielleicht findet ihr es gemeinsam mit mir in dieser Sendung heraus. Ich bin irritiert. Wir machen erstmal weiter. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal in die Welt der Gartenbauer. Und der Sammler von seltenen Pflanzen. Es geht da um einen Mann, der ja irgendwie in seinem Garten was ganz Besonderes haben will. Er lässt sich dann für 500 Dollar plus Versand und einem Zipp und Zapp aus Mexiko einen Kaktus kommen. Um ihn dann in seinen Garten zu pflanzen. Der geht da auch ganz gut an, dieser Kaktus. Der wächst eine ganze Ecke. Blüht auch schön. Und eines Abends geht der Mann vor die Tür, geht in seinen Garten, will sich um den Kaktus kümmern, will ihn so ein bisschen mit Wasser besprühen. Und da sieht er, dass der Kaktus anfängt, bei jedem Sprühstoß Wasser so merkwürdig zu zittern. Das irritiert ihn dann ziemlich. Das kommt ihm merkwürdig vor. Er ruft dann ein paar Experten an beim Gartenbauamt in der Nähe und sagt, Leute, kommt mal vorbei. Irgendwie, das stimmt was nicht mit meiner Pflanze. Die fragen dann auch ganz gezielt nach. Er kriegt dann irgendwie einen Experten an die Strippe, der sich wohl speziell mit Kaktuspflanzen auskennt. Und der fragt dann, wie schnell der gewachsen ist, wie die Stacheln aussehen, ob der geblüht hat und all solche Dinge mehr. Und zum Schluss stellt dieser Experte die Frage, ist Ihre Familie im Haus? Und dann sagt der Typ, ja klar, die ist im Haus. Ja, evakuieren Sie Ihre Familie sofort. Ich bin in zehn Minuten bei Ihnen. Und der Typ ist völlig geflasht und meint irgendwie, was ist denn jetzt los? Gespräch ist aber schon beendet. Er verfrachtet dann tatsächlich seine Familie zu den Schwiegereltern. Und ungefähr zehn Minuten später stehen Feuerwehrtrucks vor der Tür, stehen irgendwie Notärzte vor der Tür und alle möglichen Leute laufen auf einmal um sein Haus rum. Und dann kommt der Pflanzenexperte und guckt sich das Ganze an, schickt dann den Mann weg und zieht dann Schutzanzug an und nimmt einen Flammenwerfer und fackelt den kompletten Kaktus ab. Leider ist der Garten danach auch so ziemlich hinüber, weil das Feuer natürlich nicht nur auf den Kaktus beschränkt ist. Auf jeden Fall steht er dann ziemlich verkohlt in der Ecke der Kaktus. Nach einigen Minuten sind dann auch alle befriedigt, dass das Ding wohl irgendwie hinüber ist. Und der Mann fragt sich die ganze Zeit, was zum Henker geht hier eigentlich vor? Das fragt er dann auch, diesen Pflanzenexperten, der zur Stelle ist. Hätte ich, du hast jetzt auch mal langsam gemacht. Und er sagt, ja kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal was. Und dann gehen Sie da hin zu dieser verkohlten Pflanze und er schält so ein bisschen was von der Haut, von der Rinde ab, von dem Kaktus. Und dahinter ist ein Gewusel und Gewimmel von teils noch etwas lebenden, aber in der Mehrzahl toten Taranteln. Ach. Ja, und anscheinend ist das eine Spinnenart, die speziell ihre Eier ablegt in solchen Pflanzen. Und dann, klar, können die kleinen Spinnen dann irgendwie auch da irgendwie ihre Nahrung beziehen, können sich dann irgendwie davon ernähren, von diesem Kaktus. Und der ist also innen komplett hohl gewesen, alles voller Spinnen. Also der Mann war geheilt, der hat sich glaube ich nie wieder einen Kaktus aus Mexiko besorgt. Ein kleiner grüne Kaktus. Genau. Tja, üble Geschichte. Also ich weiß schon, warum ich nicht hier irgendwie einen Garten habe. Wenn sie denn dann stimmt. Ja. Was wir dann am Ende der Sendung erfahren. Ja. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Ja. Thema der Woche. Santa Maria. So könnten wir diese Sendung beginnen. Machen wir auch nicht. Diesem großartigen Stück. Von Santa Maria und einem Schniedelwurz. Von Roland Kaiser. Das ja auch diese großartige Textzeile beinhaltet. Ich hielt ihre Jugend in den Händen. Ach du Leber. Lass uns mal ganz schnell weitermachen. Glück für, dass man keinen Namen kennt. Ja, und die Sendung ist irgendwie vollgestopft mit merkwürdigen nackten Leuten, die aus Inseln rumschritten. Ein singender Hoaxmaster. Und die Leute denken jetzt bestimmt, wir haben ordentlich eingetrunken vor der Aufnahme. Schön wie ein erwachender Morgen. Hört euch mal Santa Maria von Roland Kaiser an. Nein, tut es nicht. Und achtet mal ganz genau auf den Text, den der alte schwere Nöter da singt. Also, woran wir denn jetzt gehen? Wir wollten unser Thema der Woche beginnen. Unser Thema der Woche, dass wir in unserer übrigens höchst arroganten Art und Weise einer jüngst abgegebenen iTunes-Rezensionen, da fühlt sich jemand durch unsere arrogante Art beleidigt. Nein. Ja. Ach. Ja. Schlecht. Mit was? Mit Recht. Niemand hat jemals behauptet, dass wir nett sind. Genau das denken, nehme ich immer. Und dem ist mal aufgefallen, natürlich sind wir hochgradig arrogant. Vollidiot. Nimmst du auf eigentlich? Ich nehme mir die ganze Zeit auf. Ich versuche jetzt, hier, building the bridge, jetzt kommt eine Überleitung, da werdet ihr aus euren Stühlen oder wo auch immer die Sendung hört, herausstürzen. Ach. Denn wir reden heute über die Insel Santa Maria, die aber eigentlich viel bekannt an dem Namen Floriana ist oder im Englischen Charles heißt. Ja. Und sie gehört zum Galapagos-Archipel. Genau. Und über diese Insel im Galapagos-Archipel werden wir euch, oh Galapagos, das wird mir heute auf das Gelegt brechen. Ich weiß es jetzt schon. Noch mal Valhalla. Valhalla. Ich habe nicht getrunken. Noch nicht. Das mache ich mal erst nach der Sendung. Bin ich besinnungslos. Warum guckst du mich da mal so dich rechtfertigend an? Weil du mal neben mir sitzt und ich kann nicht angucken bei der Aufnahme, sonst sitzt du immer so halb hinter mir im Studio. Stimmt. Ein neues Setup. Eine völlig neue Situation. Aber wir weichen schon wieder. Genau. Eine wahre Geschichte, die uns in der vergangenen Woche bei Twitter an den Kopf geworfen ist oder in der vorletzten Woche. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Wahr heißt aber in dem Fall nicht, dass sie komplett erforscht ist und weniger mysteriös als das, was wir hier sonst behandeln. Das passt eigentlich sehr gut ins Ziller-Universum. Das ist eine schöne Räuberpistole, genau, die dort stattgefunden hat. Natürlich hat die jetzt nicht gerade letzte Woche stattgefunden, diese Geschichte, von der wir berichten, sondern sie hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stattgefunden. Zwischen 1929 und 1934. Genau. Und es handelt sich um die sogenannte Galapagos-Affäre. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, sind gerade zwei oder drei Filmproduktionen sogar beschäftigt. Nein, zwei Filmproduktionen und eine Dokumentation wird über diese Geschichte gedreht. Und wir sind natürlich vor denen mit unserer Publikation. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, weil hier kriegt er die Fakten wie gewohnt. Also, ich versuche mich jetzt mal wieder ein bisschen einzukriegen und euch mal etwas über die Fakten zu berichten. Also wir reden über die Insel Floriana, die im Galapagos-Archipel so in der südlichen Mitte sozusagen des Archipels sich befindet. Sie hat eine Länge von 18 Kilometern und eine Weite von 16 Kilometern. Und wer jetzt schon den Taschenrechner zur Hand nimmt, wird herausfinden, dass sie gut 173 Quadralkilometer groß ist. Was nicht sonderlich groß ist. Wir reden also von einem kleinen Eiland und eine der wenigen Inseln im Galapagos-Archipel, die auch heute noch bewohnt ist. Wir wissen ja alle, dass es sich da um ein Naturschutzgebiet handelt. Also man hat die Besiedlung inzwischen oder schon vor einigen Jahren gestoppt. Floriana gehört politisch zu Ecuador. Das heißt, dort sitzt die Regierung im Prinzip. Und die haben halt vor ein paar Jahren gesagt, so, das Ganze ist Naturschutzgebiet. Siedlungsbemühungen werden eingestellt. Die Insel ist teilweise üppig begrünt. Teilweise hat man aber auch so Felder aus Vulkangestein. Ist grün. Ist grün zu grün, wenn Spaniensblüten blühen, ja. Oh Gott, jetzt hat sie es. Oh Gott, jetzt hat sie es. Auf jeden Fall üppige Vegetation. Und für viele war diese Insel irgendwie so eine Verheißung eines Garten Eden, eines Paradieses. Und da zog es also deutsche Siedler hin. Wir sprechen von einem Pärchen, das per se schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist. Lass uns gerade ganz kurz auf die Vorgeschichte der Insel noch kurz eingehen. Denn es war ja eine Seeräuberunterschlupf. Die haben in einige der Höhlen auch schon Schlafkohen und sowas reingezimmert. Sehr, sehr früh. Es laufen da Ziegen, Pferde, Esel, Schweine rum. Danach war es ein Stück Punkt für Walfänger. Und seit 1793 gibt es da so eine Posttonne. Post Office Bay. Einige Schiffe einfach angehalten haben da, ihre Post reingeschmissen haben. Und das nächste Schiff hat sie dann wieder mit zum Festland genommen. Deswegen war die Insel ganz beliebt, weil man da gut hinfahren konnte, um kurz mal Post abzuliefern. Und Charles Darwin, für die Gabalos-Insel natürlich auch sehr bekannt, hat die Insel im Jahr 1835 besucht und beschrieb sie dort auch in seinem Reisebericht. Und jetzt kommen wir dann eben in das Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da war die Insel dann nicht mehr besiedelt, bis auf diese Tiere, die sich da so, die einst mitgebracht, sich dort angesiedelt haben und da irgendwie rumliefen. Ratten. Landratten. Zum Beispiel auch Ratten. Alles klar. Es zog also ein Pärchen zuallererst auf die Insel Floriana. Das waren die ersten Siedler 1929, die diese Insel wieder mit Beschlag belegt haben. Und bei diesem Pärchen handelte es sich um den Arzt Dr. Friedrich Ritter aus... Wollbach. Wollbach. Genau, mir fiel der Name gerade nicht ein. Und um seine geliebte Dore Strauch. Das heißt, Herr Dr. Ritter war ganz normal verheiratet, gut bürgerlich, genau wie auch Frau Strauch. Aber die beiden hatten irgendwie, beziehungsweise eigentlich eher sie für ihn, eine Schwäche. Sie hat ihn kennengelernt als ihren Arzt. Das heißt, sie war Patientin, sie hat sich behandeln lassen wegen Multiple Sklerose und er hat da einen ziemlichen Eindruck auf sie gemacht. Sie ist ihm irgendwie mehr oder weniger sofort verfallen. Er hat ihr dann auch gesagt, dass man Krankheiten allein mit Gedanken heilen kann, dass man da nicht irgendwelche langwierigen und schrecklichen Therapien über sich ergehen lassen muss, sondern dass der Geist in der Lage ist, auf den Körper einzuwirken. Und da sehen wir also schon irgendwie, dass das Ganze bei ihm einen bestimmten Hintergrund hatte. Ich weiß nicht, ob wir bei Huxilla schon mal darüber gesprochen haben, aber Herr Dr. Ritter war offensichtlich ein Anhänger der Lebensreformbewegung. Die Lebensreformbewegung ist ein ziemlich komplexes Gedankengut, das sich auf viele Bereiche des menschlichen Lebens erstreckte und so um die Jahrhundertwende so richtig in Mode kam und so richtig irgendwie beschwingt nochmal tatsächlich so Ende der Zwanziger war. Ganz, ganz viele Bereiche waren eigentlich von der Lebensreform betroffen. Also für Frauen bedeutete das zum Beispiel, dass die Kleidung revolutioniert werden sollte. Das heißt, weg mit den starren Korsetts und hin zur Reformkleidung. Ich weiß nicht, ob ihr mal Bilder gesehen habt, das waren dann mehr so sackartige Gewänder, die man dann irgendwie trug. Und auch viele andere Dinge, die wir heute noch kennen, haben ihren Ursprung in der Lebensreformbewegung. Also wenn ihr zum Beispiel mal an den FKK-Strand geht, dann fühlt euch erinnert an die Freikörperkultur der Lebensreformbewegung. Oder wenn ihr einen Schrebergarten seht. Auch Schrebergärten, diese ganzen Gartenlauben und die Gartenlaubenkultur hat auch ihren Ursprung dort. Genauso, wenn ihr, was ja durchaus mal vorkommen könnte, ein Reformhaus betretet. Das heißt also, auch in der Ernährung gab es Bemühungen, sich von der Zivilisation abzukehren. Also alles, was so diese Industriegesellschaft hervorgebracht hatte, das wurde verteufelt. Das war Dekadenz, das ruinierte den Menschen. Und man wollte eigentlich zurück zur Natur auf allen Gebieten. Und dieses Zurück zur Natur, das hieß für Dr. Ritter, ich werde zum Aussteiger, ich gehe auf eine einsame Insel und versuche mir da irgendwie ein neues Paradies zu schaffen. Er hatte eigentlich gar nicht vor, die Dore Strauch mitzunehmen. Aber die hat sich irgendwie so an ihn drangehängt und hat ihn dann so belatschert, dass sie dann irgendwie mitreisen durfte. Was ich ja richtig toll finde, ist, dass Dore Strauch mit einem viel älteren, also sie war übrigens Lehrerin vom Beruf aus, ich glaube auch Studienrat, glaube ich verheiratet war, also zumindest ein wohlgedienter älterer Lehrer. Und die haben dann ja sozusagen, bevor sie dann abgereist sind, so eine Art Frauentausch initiiert. Genau, also die haben sich gedacht, irgendwie, wie können wir das denn machen, dass unsere Ehepartner irgendwie da mitziehen, auch bringen wir die doch zusammen. Was denen dann auch erstmal gelungen ist und was dann auch so akzeptiert wurde. Wobei der Ehemann von Dore Strauch, Frau Ritter, dann grundsätzlich bei ihrem Mädchennamen angesprochen hat, weil er natürlich nicht den Namen Ritter in den Mund nehmen wollte. Den Namen des Nebenbulers. Der seine Frau gestohlen hat. Ja, die beiden machen sich dann also auf den Weg. Was ich besonders spooky finde, ist, dass die sich, bevor sie auf die Insel gezogen sind, alle Zähne haben ziehen lassen, um keine Zahnprobleme dort zu bekommen. Ich meine, irgendwie kann man das zwar nachvollziehen, weil da gibt es halt keinen Zahnarzt und Hilfe ist, wenn mal was ist, schwer zu bekommen. Aber so diese Vorstellung, irgendwie sich alle Zähne ziehen zu lassen, sorry, aber da läuft mir irgendwie doch schon der kalte Schauer den Rücken runter. Nicht so angenehm. Nee. Haben die aber gemacht. Ja. Ja, 1929 sind sie dann also rübergesetzt nach Floriana und haben dann unter relativ primitiven Mitteln, die hatten noch einen Indio dabei, der ihnen dann geholfen hat, ja, einen Unterschlupf, ein Häuschen auf der Insel Floriana, ja, sozusagen gegründet. Also die hatten natürlich Saatgut dabei, die hatten Baumaterial dabei, die hatten Stoff dabei, also Leinen irgendwie, hunderte von Metern, um sich dann halt auch irgendwie Kleidung machen zu können. All solche Dinge halt, was man so braucht und was da schwer zu bekommen war, um sich irgendwie in Existenz gründen zu können. Genau. Und dann haben sie das auch tatsächlich gemacht, was sehr beschwerlich war, denn Floriana schon natürlich so, wie du es beschrieben hast, aber auch sehr steinig an einigen Stellen. Und es wird beschrieben, dass dann Sandflöhe zum Beispiel, ja, ihre Larven in die aufgeschnittenen Füße, wenn man sich auf dem Lavagestein die Füße aufgeschnitten hat, abgelegt hat. Nachdem das Lavagestein die Schuhe kaputt gemacht hat, waren dann die Füße dran. Genau. Es war übrigens ein Rektor, Rektor Körwin, mit dem sie verheiratet war, habe ich hier nochmal gerade nachrecherchiert. Am 3. Juli 1929 setzte dann Herr Ritter mit Frau Strauch über und machte sich auf den Weg nach Floriana. Und sie gründeten dann, als Namen hatten sie dann Frido für ihre Unterschlupf auf Floriana. Und naja, da hielten sie sich dann zunächst mal auf. Und zunächst waren sie unter sich. Der Indio verließ die Insel nach einiger Zeit wieder. Und ja, die beiden pflegten dann auch die Freikörperkultur zum Beispiel. Ja, so erzählt man sich. Also, dass die, wenn nicht gerade irgendwie Gäste in der Nähe waren, da durchaus nackend irgendwie durch die Gegend liefen. Also, es ist jetzt nicht so, dass da von Anfang an irgendwie alles eitel Sonnenschein war da auf der Insel. Also, der Dr. Ritter, das muss wohl irgendwie ein ziemlich schräger Typ gewesen sein. Nietzsche-Fan, nicht nur deswegen schräg, aber auch generell. Also, der hat die Dore irgendwie jetzt auch nicht so super toll behandelt. Scheinbar. Also, nicht nur, dass er sie eigentlich nicht dabei haben wollte, aber als er sie dann irgendwie mitgenommen hatte, hat er sie auch relativ mies behandelt. Aber, es gelang ihnen bei Frido die Sachen zu kultivieren. Sie hatten Radieschen, Gurkenbohnen und Kartoffeln, die sie anpflanzten. Und im Prinzip... Und was ganz wichtig ist, auch eine Süßwasserquelle. Eine Süßwasserquelle, genau dafür war die Insel eben... Das ist auf den Galapagos-Inseln schwierig teilweise, ne? Genau. Es gibt nicht allzu viele. Ja, und dann änderte sich so einiges, ne? Ja, also, erst mal, also Dr. Ritter hatte ja schon irgendwie so ein bisschen die Idee zu missionieren. Also, er hat natürlich auch viel geschrieben über sein Leben da auf der Insel, seine ganzen philosophischen Ergüsse, die teilweise ein bisschen wirr waren, die sind nie veröffentlicht worden. Aber, äh, es hat sich dann doch zu Journalisten, äh, in der westlichen Welt herumgesprochen, dass da irgendwie ein Nudistenpärchen auf der Insel hockt und da irgendwie Garten Eden spielt. Ja. Das fanden die, ähm, dass das eine super Story ist und haben dann also immer berichtet. Das heißt, ähm, die Geschichten über, über Ritter und Strauch waren in aller Munde. Und das hat natürlich weitere Siedler angelockt. So auch eine Familie namens Widmer. Aus Köln. Aus Köln, genau. Er war mal Sekretär bei Konrad Adenauer, als der noch Bürgermeister von Köln war. Genau. Aber irgendwann ist ihm das da auch zu eng geworden und zu, äh, zivilisiert wahrscheinlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, genau, es war 1932, wo sie die Entscheidung getroffen haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass da die Wirtschaftskrise, die ja quasi zum Untergang der Weimarer Republik letztendlich geführt hat, begann. Und es war natürlich arbeitstechnisch und generell gesellschaftlich gesehen nicht so angenehm in Deutschland zu der Zeit, 1932. Also die Widmers, äh, Herr und Frau mit Sohn Harry, sie schwanger, äh, sind dann, äh, darüber geschippert und haben sich, ähm, ja, auch, äh, in einer der Höhlen zunächst niedergelassen. In einer der, äh, Piratenhöhlen, die so ein bisschen, äh, höher gelegen war, äh, über dem Strand thronte, im Prinzip. Da haben die sich also häuslich eingerichtet. Ähm, das allein gefiel Dr. Ritter wahrscheinlich schon nicht so gut. Äh, der wollte natürlich da irgendwie komplett alleine bleiben. Also er war so der absolute Eigenbrötler-Typ. Ähm, aber die Widmers, die haben sich wenigstens noch so ein bisschen zurückgehalten. Also mit denen konnte man wahrscheinlich ganz gut umgehen. Mhm. So, und die haben dann im Laufe der Zeit zwei Kinder, äh, bekommen. Einmal den Sohn Rolf, der, ähm, am Neujahrstag 1933 zur Welt kam. Und die Tochter Floriana Ingeborg, die am 18. April 1937 zur Welt kam, dann vier Jahre später. Genau. Ähm, es war tatsächlich so, das haben wir, glaube ich, vorhin nicht gesagt, ähm, dass der, ähm, Dr. Ritter auch als Vegetarier dort lebt, obwohl er sich selber nie als solchen bezeichnet hat. Also er hat immer gesagt, ähm, ich verzichte eigentlich auf Fleisch, also ganz lebensreformerisch ernähre ich mich irgendwie, ähm, so von den Sachen, die Gott mir gegeben hat, ähm, irgendwie ohne Töten. Ohne Töten. Aber wenn ich mal des Tiermords mich schuldig mache aus irgendwelchen Gründen, dann fühle ich mich auch verpflichtet, das Tier dann zu essen, damit es nicht umkommt. Ähm, äh, übrigens mit Lebensreform und Essen, also hier das Birchermüsli, äh, kennt sicherlich jeder noch. Rohkost kennt sicherlich jeder. Äh, das sind so alles Dinge. Also Dinge, die auch auf die Lebensreformbewegung zurückgehen. Ja, und dann hausten die da. Ähm, es kamen natürlich ab und zu mal Leute vorbei, ähm, es kamen mal Journalisten vorbei, ähm, es kamen natürlich auch mal Schiffe vorbei, die irgendwie Proviant gebracht haben, weil so ganz, äh, alleine existieren konnte man da nicht auf der Insel. Ähm, ähm, und dann eines Tages erschien eine Baronin. Jedenfalls eine, eine, die sich als solche bezeichnete. Ähm, ähm, und zwar, äh, eine angebliche österreichische Baronin, äh, oft findet man in den Quellen den Namen Eloise de Wagner-Bousquet, manchmal auch Variationen, ähm, und die tauchte da auf mit zwei Geliebten und einem äquatorianischen Diener. Und machte einen auf Graf Koks. Jetzt muss man an dieser Stelle zunächst mal sagen, ob die Baronin denn wirklich eine Baronin war, da ist man sich nicht so sicher, ne? Ne, da ist man sich nicht sicher, also sie hat furchtbar viele Geschichten erzählt, äh, was sie denn gewesen ist, also es spricht auch vieles dafür, dass sie ein, ein, äh, Chormädchen war irgendwie, oder Tänzerin war, oder wie auch immer, und, ähm, als Spionin gearbeitet hat, im Ersten Weltkrieg zum Beispiel. Äh, also sie war auf jeden Fall so eine ganz dubiose Person und, ähm, mit hohem Geltungstrang auf alle Fälle. Mit hohem Geltungstrang, also, äh, die, äh, tauchte da auf mit Pistole im Anschlag, so mehr oder weniger, also sie liebte es, genau, äh, sie liebte es mit Pistole und Peitsche rumzulaufen. Und, ähm, hat dann also irgendwie gleich, äh, die halbe Insel irgendwie beschlagnahmt, äh, sie hat sich, ähm, irgendwie von ihren Liebhabern irgendwie die Füße waschen lassen, also die hat sie irgendwie behandelt, so als bessere Sklaven, ähm, hat dann erst mal die Süßwasserquelle irgendwie von Widmers und Ritters irgendwie zum Baden benutzt und all solche Dinge, nur um zu zeigen, dass sie irgendwie da die Alleinherrscherin ist. Und sie hatte hochtreibende Pläne für die Insel Floriana. Oh ja, genau, ein zweites Miami. Genau, sie wollte ein zweites Miami gründen, sie wollte also ein Nobelhotel für den Adel der Welt, der auch mal in die Südsee aussteigen will, sozusagen, äh, bauen. Es ist aber nie über so eine etwas größere Wellblechhütte hinausgegangen in ihrer Pläne, die sie ursprünglich mal hatte. Trotz allem hat sie natürlich so, äh, getan, als ob es so wäre. Sie nannte es die Haffienne da Paradiso. Ja, die Hütte Paradiso. Da muss ich, da muss ich, da muss ich, da muss ich so ein bisschen an den Film von Harpe Gerkling, der in der Schilding... Oh weh. Ja, auf jeden Fall hat die Baronin geschafft, irgendwie allen Personen auf der Insel das Leben zur Hölle zu machen. Also Dr. Ritter hat nichts als Hass für sie empfunden, gleich von Anfang an. Also das ging schon mal gar nicht mit den beiden. Wahrscheinlich, wenn zwei so starke Persönlichkeiten da aufeinandertreffen, ist sowieso der Ärger vorprogrammiert. Das ging ja auch so weit, dass sie dann tatsächlich Nachschublieferungen besteuert hat und Zoll haben wollte. Und eben so der von dir schon gestellten Waffengewalt die anderen dazu gezwungen hat, sozusagen ihr Abgaben zu geben. Und das führte dazu, dass Herr Ritter dann irgendwann sich an die äquatorianischen Behörden gewandt hat und der Gouverneur von Ecuador... Mit sieben Soldaten. Mit sieben Soldaten auf die Insel kamen, um die Person eigentlich zu entfernen. Das war der Plan in Ritterartem. Leider ging der nicht so ganz auf, weil man weiß nicht genau, wie sie es geschafft hat, aber auf irgendeine Art und Weise hat sie diesen Gouverneur um den Finger gewickelt und belatschert, bis sie das größte Stück Land abgestaubt hat, was wirklich sehr, sehr groß war. Und im Gegensatz dazu blieb dann irgendwie für die Ritters und die Wittmers nur noch so ein relativ kleines Stückchen übrig, was so bewohnbar war und was die bewirtschaften durften. Die Baronin bekam vier Quadratmeilen Land und die Ritters und Wittmers erhielten sie jeweils 20 Hektar. Also das war schon ein deutlicher Unterschied. Der Plan ist nach hinten losgegangen. Aber nicht nur die Ritters hatten jetzt ein Problem damit... Sie hat sich übrigens Kaiserin von Floriana genannt. Und ging dann auch so durch die Presse in einigen Ländern. Und das war natürlich so, dass ihr das natürlich noch mehr Oberwasser sozusagen gab. Es war so, dass es dann aber mit dieser Dreierbeziehung zwischen Philipson und Lorenz, die sie ja dabei hatte, ihre beiden Geliebten, auch nicht so rund lief. Und es war so, dass insbesondere Lorenz von ihr und auch Philipson, so wird es beschrieben in verschiedenen Berichten, wir sagen nachher mal was über die Quellenlage dazu, misshandelt worden ist. Zum Teil geschlagen, gepeitscht worden ist. Und Lorenz hat immer wieder Zuflucht bei den Widmers oder auch bei dem Herrn Ritter gesucht. Aber weil die auch keinen Ärger haben wollten, hat er da zunächst mal auch keinen Unterschlupf bekommen. Genau. Irgendwann ist es aber doch so gewesen, dass Lorenz vor allen Dingen bei den Widmers mal so unterschlüpfen konnte. Das heißt, die haben sich dann irgendwann seiner erbarmt und haben gesagt, okay, wenn die dich so scheiße behandeln, dann bleibst du halt irgendwie bei uns. Und dann eines schönen Tages. Und jetzt kommen wir schon auf verschiedene Versionen zu sprechen. Erzählt Margaret Widmer, das heißt also die Frau von Herrn Widmer, die dann... Margarete. Margarete. Warum muss ich mal Margarete? Margarete. Weil die, weil die Quellen teilweise so auftaucht. Margarete Widmer also erzählt, dass die Baronin mit ihrem geliebten Philipson auf einmal vor der Tür stand und gesagt hat, ja, wir verschwinden jetzt irgendwie gegen Südsee. Wir haben ein Boot gefunden, was uns irgendwie wegbringt. Wir hauen ab. Sag das mal dem Lorenz. Sag dem mal Bescheid. Der soll nämlich auf unseren Besitz aufpassen. Okay. Hat sie dann irgendwie zur Kenntnis genommen. Und Lorenz ist dann tatsächlich nach einiger Zeit mal gucken gegangen. Also die Baronin ist dann abgezogen. Lorenz ist gucken gegangen. Und dann, so heißt es in Berichten, jetzt nähern wir uns langsam auch so ein bisschen dem Mysteriösen, war das Haus leer, war die Umgebung leer. Lorenz hat mehrere Tage gesucht, hat nichts gefunden. Der Koffer der Baronin stand ungepackt im Zimmer rum. Die Schuhe standen ordentlich da in der Gegend. Wie gesagt, es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie da irgendwie die Koffer gepackt hatte. So macht das zumindest den Anschein. Genau. Die Baronin ist nie wieder aufgetaucht. Ebenso wenig Philipson. Also man weiß bis heute nicht, was mit den beiden passiert ist. Und man hat natürlich verschiedene Vermutungen. Genau. Jemand hat offensichtlich die Baronin verschwinden lassen. Ja. Und natürlich denkt man da sofort an den Herrn Lorenz, der natürlich der Nutznießer dieser ganzen Aktion gewesen ist. Der hatte dann natürlich den ganzen Besitz an Hacken und hat ihn dann auch, weil er sowieso nichts anderes wollte, als von der Insel verschwinden. Und man vermutet auch, dass das der Grund war, warum die Baronin zu den Widmers gegangen ist und gesagt hat, hier, wir wollen runter von der Insel, weil sie dachte, das lockt den Lorenz vielleicht hervor aus seinem Versteck. Auf jeden Fall wollte der nichts als weg. Und hat dann den ganzen Besitz an die Widmers und Ritters verscherbelt, um dann halt irgendwie sein Glück woanders zu suchen. Es kam dann ein Norweger auf die Insel und Lorenz hat denen bequatscht, ihn doch mitzunehmen. Ja. Die beiden sind also irgendwie aufgebrochen. Die hatten noch einen jungen Forscher dabei, der dann mit im Schiff saß. Die hatten dann irgendwie so ein Schiffkutter und wollten also runter von der Insel, wollten also wieder irgendwie dann ausschiffen. Und auch natürlich Lorenz wollte sich dann gehen, wahrscheinlich Deutschland absetzen. Und das Problem war aber, auch die drei sind nie wieder aufgetaucht. Also diese dritte Person auf dem Boot und das Boot sind komplett verschwunden. Es haben dann Leute auf der Nachbarinsel einige Zeit später die Leichname von Lorenz, Lorenz und diesem Norweger entdeckt. Also sie sind schon wieder aufgetaucht, also nicht mehr lebend aufgetaucht. Nicht mehr lebend aufgetaucht, genau. Also die haben sich offensichtlich mit dem Rettungsboot auf diese Nachbarinsel rübergerettet, sind dann aber leider da an Durst zugrunde gegangen, weil es da kein Süßwasser gab. Und an Hunger, genau. Wenig Begitration, wenig Tiere. Kein Süßwasser. Und waren dann halb verwest, als man sie gefunden hat. Tja, also das hat schon mal nicht funktioniert. Da kann man natürlich noch sagen, die sind wahrscheinlich in Seenot geraten. Und das Ganze war ein Unglück. Das ist jetzt also weniger spekulativ und mysteriös als das Verschwinden der Baronin und ihres Geliebten Philipson, weil man da wirklich nicht weiß, wer die umgebracht hat. Ja. Manche Forscher, die sich mit den Quellen auseinandergesetzt haben, behaupten, es wäre auch möglich gewesen, dass die Baronin und Philipson Selbstmord begangen haben. Es wird dann von Dore Strauch auch berichtet, dass sie einen schrecklichen Schrei gehört hat, an diesem Tag, an dem die Baronin das letzte Mal gesehen wurde. Also da bewegen wir uns dann wirklich so ein bisschen im Reich der Spekulationen. Und Ritter selber, Herr Dr. Ritter hatte ja auch einen gewissen Hass auf die Kaiserin von Floriana, die ihm ja sozusagen den Rang dort abgelaufen hat. Und auch da gibt es den einen oder anderen, der vermutet, dass vielleicht Herr Dr. Ritter dafür gesorgt hat, dass die Kaiserin von der Insel verschwand mit ihrem Mann. Denn die Tatsache, dass man die Leichen nicht gefunden hat, lässt einige oder viele Autoren, die den Fall betrachtet haben, zu dem Schluss kommen, dass man sie entweder umgebracht hat und dann den Haien vorgeworfen hat, die zahlreich vor der Insel unterwegs waren, oder direkt den Haien vorgeworfen hat. Denn dann bleibt relativ wenig über. Ja, also auf jeden Fall, dass die Leichen verschwinden konnten, ist jetzt ja wirklich unter Umständen den Haien oder der schnellen Verwesung oder was auch immer geschuldet. Aber damit ist es doch nicht genug mit den Toten auf der Insel Floriana. Nein, einen haben wir noch. Der Nächste, der daran glauben musste, war Dr. Ritter. Und wir hatten ja ganz am Anfang mal erwähnt, dass er weitestgehend auf Fleisch verzichtet hat und dass nun diese Person ausgerechnet an einer Fleischvergiftung stirbt, das erscheint dann irgendwie schon fast absurd. Es war wohl so, dass die Ritters Besuch hatten und haben diesem Besuch Schweinefleisch angeboten, das sie selber so angemacht und eingelegt hatten. Und da vermutet man, dass er irgendwie wohl ein wildes Schwein erschossen hatte, der Dr. Ritter, was vielleicht im Garten irgendwie rumrandaliert hat. Wie auch immer, also er wäre jetzt nicht auf die Jagd gegangen, das hatten wir schon gesagt. Aber wenn das tote Tier da rumliegt, das Schwein, dann wollte er es wahrscheinlich auch irgendwie verspeisen. Auf jeden Fall haben die festgestellt, bevor sie noch richtig davon essen konnten, dass das Fleisch schlecht geworden ist und haben das dann an die Hühner verfüttert. Und am nächsten Tag waren alle Hühner tot. Jetzt hatte der Dr. Ritter noch mehr tote Tiere an Hacken und hat dann zu Dore Strauch gesagt, irgendwie hier, wir kochen das ab und dann ist das auch nicht mehr giftig. Das heißt, bei entsprechender Zubereitung können wir das irgendwie noch verzehren. Wir wollen nicht, dass das wegkommt, also machen wir das. Und scheinbar hat das aber nicht funktioniert, denn irgendwann erreichte Dore Strauch... Normalerweise wäre das gegangen, das geht wohl. Ja. Man kann also verdorbenes Fleisch durchaus, indem man es eben stark erhitzt und so weiter, wieder genießbar machen. Aber anscheinend haben sie da irgendwas falsch gemacht. Tja, Dore Strauch kam auf Eifel zu den Widmers und hat dann gesagt, meinem Mann geht es, oder meinem Dr. Ritter geht es ganz, ganz schlecht. Kommen Sie mir bitte helfen. Und als die Widmers da hinkamen, lag aber Dr. Ritter schon quasi im Sterben, hatte eine geschwollene Zunge schon. Botulinismus, also Fleischergiftung, war schon fortgeschritten. Ganz fortgeschritten im Stadium und ist dann auch relativ zeitig verstorben. Was die Widmers ein bisschen verwundert hat und was an der Aussage ein bisschen merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass er schon fast 48 Stunden an den Folgen gelitten hat. Und Dore Strauch berichtet, sie hätte sich nach dem Verzehr des Hühnerchenfleisches sofort erbrochen. Sie hätte das auch gegessen, hätte sich aber sofort übergeben. Deswegen würde es ihr nicht schlecht gehen. Aber dann ist natürlich die Frage, warum hat sie nicht ihren Mann irgendwie gewarnt oder hat gesagt, hier steck dir einen Finger in den Hals, das muss raus, das ist schlecht. Genau. Auch über die letzten Stunden von Dr. Ritter kursieren ganz unterschiedliche Berichte. Und zwar sagt Dore Strauß selber, also sie haben dann noch versucht, irgendwie ihn zu pflegen, ihn zu retten, whatever. Und dann in seinen letzten Minuten habe er sich nochmal aufgerichtet und sie in seine Arme ziehen wollen und habe sie angeschaut. Und dann sei er halt irgendwie tot da niedergesunken. Margarete Wittmer erzählt das Ganze ein bisschen anders. Also sie war irgendwie bei ihm, als er gestorben ist. Er lag irgendwie in Fieber und Krämpfen und hat sich dann nochmal, wobei ich mich auch frage, wie man bei Fieber und Krämpfen schreiben kann, irgendwie einen Zettel und einen Stift geschnappt und hätte geschrieben, ich verfluche dich mit meinem letzten Atemzug und das natürlich auf Dore gemünzt und habe sich dann also mit letzten Kräften aufgerichtet, hätte aber wohl nach seiner Frau greifen wollen, sich auf sie stürzen wollen. Sie sei entsetzt zurückgewichen, aber da sei er dann auch schon tot gewesen. Und auch vorher jedes Mal, wenn er die Stimme seiner Frau gehört habe, dann hätte er Bewegung gemacht, als ob er nach ihr treten wolle. Also für Frau Wittmer war eigentlich ganz klar, dass Dore da irgendwie ihre Hand im Spiel hat. Und in der Tat hätte sie ja eigentlich auch ein Motiv gehabt, so scheiße, wie er sie behandelt hat. Denn am Ende der Beziehung auf der Insel Floriana war es so, dass Herr Ritter quasi oder das Dore Strauch für Herrn Ritter eher im Weg stand. Sie konnte sich nicht mehr so gut bewegen wegen ihrer fortschreitenden Erkrankung. Trotz allem hat er sie immer wieder ermahnt, mitzuhelfen und soll sie sogar, so wird es berichtet, körperlich misshandelt haben, durch Schläge und auch Dritte. Genau, und man erzählt sich, aber auch das ist wahrscheinlich nicht bis ins Letzte belegt, dass Herr Ritter zum Schluss hin wieder Kontakt zu seiner Frau in Deutschland aufgenommen hat. Und sie vielleicht sogar auf die Insel holen wollte, um wieder sich mit ihr zu versöhnen. Tja, noch ein Toter. Jetzt haben wir viele Tote auf der Insel, viele Spekulationen. Und viel von den Berichten stammt aus Büchern, die Dr. Ritter selber geschrieben hat. Und auch das Buch von Margret Wittmer, so heißt sie. Und Dore Strauch. Und Dore Strauch hat, nachdem dann diese Ereignisse stattgefunden haben, die Insel wieder verlassen. Ist zurück nach Deutschland gegangen. Hat dann am Ende aber in einem Sanatorium auch dann gelebt. Und ist wohl irgendwie beim Bombenangriff ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen. Hat aber ein Buch auch geschrieben. Und Margret Wittmer hat das Buch Postlagern Florianer geschrieben, über ihre Zeit auf Florianer. Und aus diesen Ursprungsbüchern zunächst mal sind die Schilderungen entnommen. Dieser ja im Prinzip drei Personengruppen, die sich auf der Insel aufgehalten haben. Es hat dann im Nachgang verschiedene Autoren gegeben, die versucht haben mit Zeitzeugen Interviews zu machen. Und wir haben uns hier ja auf eine Fassung eines Autors bezogen. Der auch schon tot ist. Der auch schon tot ist. Und haben uns dessen These letztendlich angenommen. Nämlich von John Trehearn. Ein Brite, der 1983 den Fall nochmal aufgerollt hat. Und das Buch The Glavicus Affair geschrieben hat, das bei uns an dem Titel Verloren im Paradies erst 1989 erschienen ist. Also es gibt, wie gesagt, das habe ich am Anfang schon im Scherz ein bisschen gesagt, aber es gibt tatsächlich Pläne, das zu verfilmen. Ich glaube, das ZDF ist an einer Verfilmung dran. Wir sollten vielleicht noch sagen, dass Margret, Margrete, ich sage es schon wieder, Margrete. Margret heißt sie sogar. Margret Wittmer. Margret Wittmer. 2000 gestorben ist. Das heißt, so lange hat sie tatsächlich auf der Insel noch gelebt mit ihren Kindern. Der Sohn Harry ist in den 50er Jahren bei einem Bootsunfall umgekommen. Aber die beiden anderen Kids, die leben heute. Und die haben dann tatsächlich eine kleine Pension aufgemacht. Und die Kinder führen diese Pension, ich weiß jetzt nicht, ob im Jahre 2013, aber die haben die auf jeden Fall noch weitergeführt. Ja, und es gibt auch noch, das werden wir verlinken bei YouTube, auch noch einen Bericht über Margret Wittmer in ihrem hohen Lebensalter aus dem Jahr 1988, wo man sie also da noch auf Floriana sieht. Das werden wir euch auf alle Fälle im Forum verlinken, weil das macht die Geschichte nochmal sehr viel greifbarer, diese Person zu sehen. Auf jeden Fall. Genützt hat es ja nicht viel, dass sie noch lebt und man sie hätte befragen können. Genau, weil sie sich in der Dokumentation nicht zu den ganzen Ereignissen des Jahres 1934 äußern wollte. Die äquadorianischen Behörden haben die Ermittlungen relativ lax angegangen und haben sie auch wirklich nicht im weitesten Sinne zu Ende geführt eigentlich. Das ist dann relativ schnell alles im Sande verlaufen. Zum Beispiel Doris Strauch, als die dann von der Insel runter wollte, hat man gar nicht wirklich befragt, sondern man hat die Ereignisse dann einfach irgendwie ruhen lassen. Ja, eine völlig verrückte Geschichte, die wahrscheinlich nie geklärt wird. Die wahrscheinlich im Detail nie geklärt wird, aber eine sehr schöne Geschichte ist, die zeigt, dass im letzten Jahrhundert, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ja letztendlich, kurz vor Machtergreifung der Nazis, doch auch so eine Art Flucht ins Paradies stattgefunden hat. Und das damalige Weltgefüge einem noch die Möglichkeit beruht, an Plätze zu gehen, an die man sich sonst nicht aufhalten konnte oder heute vielleicht auch gar nicht mehr hinkommt, weil man da gar nicht mehr siedeln darf. Und das ist eine sehr, sehr verrückte Geschichte, ein Kriminalroman mit einigen vermutlich ungeklärten Mordern. Und der auch zeigt, dass das mit dem Paradies nicht so einfach ist. Und mich erinnert das tatsächlich in großen Teilen, insbesondere nachdem dann die Baronin auf die Insel gekommen ist, doch sehr an den Lord of the Flies. Ja. Den Herrn der Fliegen. Wer das noch vielleicht mal irgendwann in der Schule lesen musste, das ist gar nicht so schlecht, wenn man es heute nochmal liest, weil das zeigt nochmal, dass Menschen... Wie geht der Spruch, es kann der Klügste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? So ist es. Ja, in diesem Sinne. Eine völlig verrückte Geschichte, die Galapagos-Affäre und wir werden euch Quellenbücher links und die YouTube-Doku dann nochmal verlinken mit Margret Wittmer. Und dann könnt ihr euch nochmal in diesem Fall Beschäftigung dann nochmal lesen und auch nochmal vielleicht selber ein bisschen weiter recherchieren über die Leute. Wir werden versuchen, möglichst viele Quellen anzugeben, aber das ist eine interessante Geschichte und wir werden demnächst mal irgendwann die Filme vielleicht aufschlagen über die Galapagos-Affäre. Dann wird sich der ein oder andere an diese Folge von Huxilla erinnern und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Mit dem explodierenden Kaktus. Mit dem explodierenden Kaktus und eine ganze Menge Ankündigungen am Ende. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Die Auflösung Ja, hat es den aus Mexiko importierten und mit Spinnen gefüllten Kaktus tatsächlich gegeben oder habe ich euch da veräppelt? Ja, also das Ganze ist tatsächlich eine Urban Legend par excellence, eine moderne Sage und ist tatsächlich eine Variante von der berühmten Spinne in der Jucca-Palme. Also wo eine Frau irgendwie sich so eine typische Palme kauft und da kommt dann auf einmal irgendwie eine Tarantel rausgekrochen. Die ganze Geschichte ist auch, wenn man sich das mal überlegt, im Detail irgendwie ziemlich unlogisch. Das heißt also, ganz typisch moderne Sage klingt erstmal so, als ob es so hätte passieren können. Aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann stößt man doch auf viele Sachen, die irgendwie ein bisschen paradox sind. Und ich fand sie aber trotzdem irgendwie ganz nett, ganz unterhaltsam und wollte sie ganz gerne mal in der Sendung erzählt haben. Ja. So, jetzt kommst du. Erstmal kommst du, denn du hast dein Ladenlokal eröffnet, ne? Ja. Du erzählst da mal ein bisschen drüber was und für alle, die sich jetzt gerade nicht wissen, was geht, wir machen jetzt Werbung in der Tat. Aber das ist auch dringend notwendig, dass wir Werbung machen. Wir machen Werbung für was? Ja, wir machen Werbung für meinen neuen Beruf im Prinzip. Ich habe mich tatsächlich 2013 jetzt endlich entschlossen, mich selbstständig zu machen. Das heißt, ich mache jetzt ganz in Audioproduktionen und biete an, mit euch, mit Interessierten, mit jedem, der das gerne machen möchte, biografische Interviews zu führen. Das heißt, ich besuche dann den Kunden, ich führe ein langes, langes Gespräch mit ihm, er erzählt die Lebensgeschichte und ich bastle daraus dann eine Hörbiografie, die ihr erwerben könnt. Am Ende CDs in Länge dessen, was dann überbleibt. Ja, das können auch mal mehrere Stunden sein. Das heißt, das Ganze ist dann unter Umständen auch sehr umfangreich. Das erhält man dann in einer schönen, angefertigten Box. Wer will, kann auch noch Fotos schicken, sodass dann ein schickes Booklet gedruckt werden kann mit den Lieblingsfotos. Ja, und das ist sozusagen meine neue Hauptaufgabe, natürlich neben den ganzen Podcasts, die nicht vernachlässigt werden sollen. Und vielleicht interessiert euch das ja, vielleicht möchtet ihr das ja auch verschenken, vielleicht kennt ihr jemanden, der Interesse an sowas hat, dann könnt ihr das gerne weiterverbreiten. Ihr könnt dieses Projekt, das sich Lebenslinien-Hörbiografien nennt, unter der Seite lebenslinien.biz aufrufen und könnt euch da mal umgucken auf der Seite. Und immer, wenn ihr jetzt mal so alte Leute um euch habt, die sagen, meine Lebensgeschichte, die müsste ich eigentlich mal jemandem erzählen, dann sagt ihr lebenslinien.biz, da gibt es eine junge Dame, die hört sich das an und die produziert das dann professionell. Und alle weiteren Infos darüber könnt ihr euch dann natürlich auf der Homepage angucken. So. Art 1. Dann habe ich dem Stadtgeflüster Münster ein Interview gegeben, ein ganz nettes Magazin ist das, 17 Jahre haben wir ja in Münster gelebt und die haben sich nochmal an mich erinnert, der entsprechende Redakteur oder Interviewpartner. Und da habe ich ein bisschen was über die GWOP, Parawissenschaften und solche Dinge erzählt und wenn das interessiert, das werde ich auf der Homepage auch nochmal verlinken. Und da könnt ihr euch das Interview beim Stadtgeflüster durchlesen und wer mal mit uns, mit mir, mit Alexa oder uns beiden zusammen ein Interview machen will, wendet sich einfach an uns und dann machen wir das einfach, weil wir gerne auch Interviews geben, weil wir das ja auch für wichtig halten, was wir tun. Weil sonst hält es ja keiner für wichtig, aber wir tun das. Auf die GWOP-Konferenz weisen wir auch nochmal hin, da kann man sich jetzt anmelden. Zur GWOP-Konferenz in Köln, da geben wir auch nochmal den Link, dass ihr das nicht vergesst, euch dafür anzumelden und am Freitagabend dann nach dem sozusagen Social-Abend der Konferenz ab 21 Uhr dann ein großes Hörertreffen. Ich kann auch sagen, wann das ist, genau, vom 9. bis 11. Mai ist die Konferenz. Genau. Und achso, was ich auch ankündigen will, Köln, alle im Kölner Raum, es gibt jetzt von den Kölner Skeptikern eine eigene Homepage, Skeptics in the Pub, die sieht auch ganz schick aus. Und da werden jetzt, ähnlich wie das hier auch in Hamburg ja schon der Fall ist, in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen stattfinden. Also für alle Skeptiker im Kölner Raum, auf Skeptics in the Pub in Köln, werde ich auch auf der Homepage verlinken, dann könnt ihr euch das auch angucken. Das lohnt sich auf alle Fälle und die Kölner nehmen noch nicht mal Eintritt dafür, sondern da könnt ihr so hingehen. Und lohnt sich immer in jedem Fall, weil Skeptiker sind immer lustige Leute, auf die man trifft. Beim Hörertreffen in Köln haben sich jetzt noch mehr Podcaster angekündigt. Also man wird jetzt auch das Radio Fnordwind dort treffen können, die haben sich angekündigt. Und das ist jetzt eine ganz neue Innovation, der neue, bahnbrechende Podcast Schall und Rauch wird auch in voller Besetzung dort vertreten sein. Und für all diejenigen, die sagen, hä? Schall und Rauch? Ja, den gibt es seit gestern. Offiziell ist er geboren worden. Und Schall und Rauch ist das irgendwie so vierte oder fünfte Projekt. Also Black Street Stories zähle ich dann jetzt nicht mehr mit. Da bin ich ja nur noch die graue Eminenz im Hintergrund. Also mein vierter Podcast, an dem ich aktiv involviert bin, heißt Schall und Rauch. Und da reden dann neben mir noch ein weiterer Opa auf der Parkbank vom Krieg, den es nie gab. Und der andere Opa, und darüber freue ich mich außerordentlich, ist Christian Bettnarik. Und Christian Bettnarik, wer ihm das noch nicht sagt, ist der Christian von der Hörsuppe. Und da ist gerade die erste Folge erschienen unter schallundrauch.hörsuppe.de. Und das wird ein unregelmäßiges Format, wo wir einfach mal uns zusammenfinden und berichten werden. Und da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Und dann ist also Schall und Rauch auch einer der Podcasts, die bei dem Hörertreffen vertreten sein werden. Und wer immer jetzt noch zuhört, denn der kriegt noch was an den Kopf geschmissen. Nämlich die Tatsache, dass der Mike sich angefangen hat, eine richtig große Mühe zu geben. Und den müssen wir jetzt alle unterstützen. Der Mike, der ist bei Twitter unter atzeig unterwegs. Atzeig unterstrich. Wird natürlich auch verlinkt. Und was macht der? Der macht eine Hoaxzilla Google Map, wo er alle Schauplätze von Hoaxzilla-Folgen gerne verlinken möchte. Auch da schmeiße ich den Link nochmal rein. Und da könnt ihr euch entweder über Twitter an den Mike wenden und das kollaborieren. Oder wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen. Die Google Map ist noch am Anfang, aber er hat schon so tolle Sachen verlinkt, wie Neuschwabenland, das Bermuda-Dreieck und weitere Orte. Das ist natürlich bei, wie viele haben wir jetzt? 115 Episoden ist das jetzt diese hier. Jetzt müsste also dann eben Floriana verlinkt werden, die Galapagos-Inseln. Und die Idee finden wir großartig, da eine Google Map zu haben. Das werden wir dann auch mal vielleicht demnächst jetzt auch auf die Homepage einbauen. Und mich juckt es jetzt in den Fingern zu sagen, notieren Sie das, das könnte noch wichtig werden. Genau. Notieren Sie das bitte, das könnte noch richtig wichtig werden. Ja, eben. Aber darüber müssen wir dann an ganz anderer Stelle nochmal reden. Also das ist eine ganz, ganz großartige Idee und vielen Dank, Mike, für diese tolle Idee, die du da hattest. Das macht bei unseren Folgen inzwischen ja Sinn, weil wir ja weltweit unterwegs waren, zumindest was die Recherchen aus dem Huxilla HQ angeht. Und das wollen wir natürlich gerne fördern. Und je mehr Leute sich daran beteiligen, desto schneller wird natürlich diese Map auch fertig und desto lustiger wird das für die Leute. Letzter Punkt noch, den ich gerne ansprechen möchte. Zunächst mal vielen Dank. An dieser Stelle wieder ein Monat ist rum für die Flatter-Einnahmen, die wir bekommen haben. Und, ach ja richtig, gleich gibt es noch ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel, aber da müssen wir bis zum ganz zum Ende warten. Für die Flatter-Spenden. Aber natürlich sind wir die Talons, hört mal Schall und Rauch, da erkläre ich das, hinter Huxilla. Und das ist immer schön. Was hast du dir doch ausgedacht? Über Flatter. Aber es gibt noch andere Menschen, die natürlich am Erfolg von Huxilla mitarbeiten. Die unbesungenen Helden sozusagen. Und da werde ich euch auch noch was reinhängen, was ihr flattern könnt. Nämlich die Cloud Heroes. Und die Cloud Heroes kennt kein Mensch. Das sind aber die Menschen im Hintergrund. Das sollte sich auch ändern. Und das System, was im Moment jetzt dafür sorgt, dass die Huxilla-Folgen sehr adäquat ausgeliefert werden. Also mit guter Geschwindigkeit in der Regel. Und das gesamte Backend von Huxilla wird sich nochmal verändern. Das heißt, es wird auch ganz viele Neuerungen geben und Änderungen geben hier im Norden. Und da sind die Jungs dran beteiligt. Und wenn ihr sagt, Huxilla ist super und das ist toll, dass das alles umsonst ist und das ist toll, dass ich die Folgen relativ schnell laden kann, dann solltet ihr euch überlegen, auch mal Cloud Heroes zu flattern oder vielleicht sogar zu subscriben. Weil wir hatten im Monat Januar sozusagen einen Traffic von zwei Terabyte, die an Folgen ausgeliefert worden sind. Und jeder, der sich im Internet auskennt, kann sich mal ausrechnen, was Traffic in Höhe von zwei Terabyte kostet. Und wir müssen das nicht zahlen. Und deswegen kann man da vielleicht mal auf dem Weg ein kleines Dankeschön rüberflattern. Oberflattern finden wir sehr, sehr schön und sehr, sehr angemessen. Gewinnspiel. Gewinnspiele im Podcast sind so eine Sache, über die ich hier nicht diskutieren werde. Denn wir haben ein großartiges Gewinnspiel. Und zwar gibt es zu gewinnen drei Sachen und eine Sache dann nochmal Ouxilla obendrauf, die aber verbunden ist. Und zwar werden wir verlosen dreimal zunächst das Buch Gedankenwelten. Interviews zwischen Science und Fiction. Genau, erschienen bei J&B Verlag. Im J&B Verlag, ein sehr schöner kleiner Verlag. Das sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und der Autor ist der allseits bekannte Sebastian Bartoschek. Bitte schalten Sie jetzt nicht ab. Im Gegenteil. Auch das kann auch sehr, sehr wichtig werden. Also es werden drei Bücher verlost. Leider ist es im Moment so, dass wir das Buch noch nicht signiert haben von Sebastian. Das hat er zeitlich nicht geschafft, was wir machen könnten. Wir könnten eine Ouxilla-Signatur reinschreiben, was natürlich unpassend wäre, weil es nicht unser Buch ist. Aber wenn ihr das wollt, schreibt es mit rein, dann machen wir da auch eine Unterschrift. Aber auf jeden Fall vom Autor sollte da doch ein. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, wer dann Zeit hat, im Mai spätestens sehen wir Sebastian, dann würden wir es im Mai von Sebastian signieren lassen im Rahmen des Hörertreffens. Und dann würdet ihr dann das Buch bekommen. Aber was muss man denn dafür machen, um das zu bekommen? Ja, das hast du ja mit dem Co-Autor deines Geisterbuches, Geisterjagdbuches. In der Personalunion mit dem Autor von Gedankenwelten haben wir das ausgeklügelt. Und das ist jetzt nicht so einfach wie sonst. Jetzt wird es kompliziert, liebe Leute. So, jetzt wird es kompliziert. Es geht, also ihr müsst im Prinzip eine Anleitung erstellen und zwar eine Faltanleitung für Aluhüte. Das heißt, ihr könnt euch da kreativ austoben, wie ihr das aufbereiten wollt. Dieses Thema bleibt komplett euch überlassen. Nur, es muss witzig sein, es muss verständlich sein und es muss irgendwie ansprechend gemacht sein. Die drei verständlichsten, schicksten und lustigsten Anleitungen werden prämiert mit jeweils einem Buch Gedankenwelten und die allerbeste Faltanleitung für Aluhüte. Da hat Sebastian gesagt, er wird bei Lesungen dem Publikum diese Anleitung natürlich unter Nennung des Autors zur Verfügung stellen. Das heißt also, ihr seid dann auch im Prinzip bei den Lesungen mit vertreten. Und unter Umständen sogar bei den Science-Slam zum Thema Verschwörungstheorien. Genau, genau so ist es. Also, wir fassen zusammen. Ihr müsst uns, und jetzt müssen wir noch einen Einsendeschluss wieder mal machen. Das sollten wir nochmal tun. Ich schaue hier mal gerade spontan auf den Kalender und würde sagen, ihr habt Zeit bis zum, heute haben wir den 10., bis zum 3. März. Das sind drei Wochen von heute angezählt. Also alle Aluhut-Anleitungen, die bis zum 3. März das Hoxhiller HQ erreichen, werden berücksichtigt. Wir werden dann in der Woche danach in die Juryphase gehen. Da wird Sebastian Bartoschek selber auch dran beteiligt sein und werden dann in der Sendung am 10. März den Gewinner bekannt geben und die beiden Plätze 2 und 3 dann natürlich. Und dann kriegt ihr auch die Bücher, wenn ihr das wollt. Oder wie gesagt, wir verzögern es bis Mai, wenn ihr sagt, das muss der Herr Bartoschek mir schon persönlich unterschrieben haben. Oder ihr wisst dann schon zu dem Zeitpunkt, dass ihr nach Köln kommt und könnt euch das Buch dann selber signieren lassen. Wir werden das nochmal in der nächsten Folge ein bisschen erklären, aber Aluhut-Bauanleitung per Video, per Text, wie ihr wollt, gesprochen an uns an info.hoxhiller.de. Und dann werden eben drei Büchergedankenwelten von dem Herrn Bartoschek, für das ich die Ehre hatte, das Vorwort zu schreiben, verlost. Eine sehr lange Folge geht, glaube ich, heute zu Ende mit sehr, sehr vielen Ankündigungen. Das kann man auch nochmal ein zweites Mal hören. Immer noch dabei das Skeptoskop für den Monat Februar, ich kann schon nicht mehr reden, mit Peter Ofenbeck. Und in dem Skeptoskop gibt es das schöne Zitat, was kürzlich auch auf Twitter nochmal zitiert worden ist. Deswegen will ich es gerade nochmal nennen, weil ich es wirklich auch einen sehr schönen Spruch fülle. Nämlich eine der Aussagen von Peter Ofenbeck in dem Skeptoskop ist der Satz, Religion ist so gefährlich, dass man sie Menschen unter 18 Jahren gar nicht zugänglich machen sollte. Ja. Also das ist das Skeptoskop und Alexa hat bei den Blackstreet-Stories wieder was Neues angefangen, nämlich die Venus im Pelz. Genau. Also nochmal, genau die Novelle Venus im Pelz von Leopold von Sacha Masoch. Und wenn ich den Namen Sacha Masoch erwähne, dann ist der Schluss, dass darauf vielleicht der Begriff Masochismus zurückgeht, nicht weit. Und wenn Marquis Saad den Sadismus erfunden hat und du hast jetzt den Masoch mit dem Masochismus, dann hast du jetzt SM komplett vertreten. SM bei den Blackstreet-Stories, da haben wir es doch. Aber nicht nur, weil dann gibt es nämlich noch ein paar neue Autorengeschichten, solche Geschichten. Genau. Schöne Woche euch. Es soll kalt werden, habe ich gehört. Zieht euch warm an, erkältet euch nicht. Habt eine gute Zeit und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Rekord-Shoe-Production aus dem Jahre 2013.